Auf der Suche nach konkretem Wissen kann man förmlich in einem Meer an Informationsquellen verloren gehen. Die Herausforderung besteht darin, alle Informationen zu bündeln. Weil das nicht automatisch in einem Arbeitsschritt funktioniert, ist das Zusammentragen jeder einzelnen Quelle ziemlich mühsam. Die Suchwege sind divers und die gefundenen Informationen entsprechend unvollständig. Die Ergebnisse sind somit meist unübersichtlich und schwierig auszuwerten. Das bringt anstelle von schnellen Sucherfolgen viel Arbeit. Welche Lösung bräuchte es? Unsere Antwort? Intelligentes Wissensmanagement mit Easy Discovery. Durch die automatisierte Bereitstellung von Informationen aus allen für den Anwender relevanten Quellen, ohne dass auch nur eine Suchanfrage gestellt werden muss, hat man ein großes Spektrum an Ergebnissen, die präzise zum Informationsbedürfnis passen. Nun haben Sie alle Daten, die Sie für Ihre Entscheidungen brauchen, direkt im Blick. Wie das genau funktioniert? Easy Discovery sucht im Rahmen des aktuellen Arbeitskontextes nach Informationen, übergreifend und gezielt in allen relevanten Quellen. Das Suchen und Zusammenstellen von Teilinformationen aus unterschiedlichen Informationssystemen passiert automatisch und im Hintergrund. Für Anwender und Sucher relevante Ergebnisse werden proaktiv und intelligent zusammengestellt und ebenso präsentiert. Die Bedienung funktioniert intuitiv und bringt mit nur einem Klick sofort eine klare Übersicht über die Ergebnisse der automatisierten Recherche. Denn umfangreiches und übersichtlich gebündeltes Wissen führt zu aussagekräftigen Entscheidungen. Und das bei einer sofortigen Entlastung der Mitarbeiter, indem Sie endlich, ganz einfach, mit Klarheit die vollständigen Informationen zusammen haben. Nutzen Sie intelligentes Wissensmanagement und erleben Sie, wie aus Informationen Wissen wird. Easy. Wir denken Sie voraus.